Howdy dudei! Freunde, willkommen zurück zu The Wolf Among Us, dem Anfang von Episode 4. Wir sind bei Nerissa. Also sie ist bei uns zu Gast. Hi, Sheriff. H지고ir, Nerissa. Hi Nerissa. Dside, lieb ich das vorher gesehen. Ja. Wir führen jetzt ein nettes Gespräch mit ihr. Ähm, keine Ahnung worüber. Sie wollte mit uns reden. Schau mal. Hey, ihr habt einen Wol meille Food Calendar. Bin das dann ihr, oder ist das mein Bruder, oder... Oder ist das mehr so etwas wie ein Pornokalender und dann... Keine Ahnung. Hey, da hinten ist es Colin. Das ist schon besser gegangen. Ja, jeder sagt die Schüdy, die schmecken komplett scheiße. Also im Spülmarkt, ne, die gibt es ja bei uns, echt gar nicht. Was bringt die her? Also was wollt ihr mit mir sprechen? Ich weiß was du für mich getan hast. Sie senden mir die abstehende Arme. Ich denke, du willst mich wieder helfen. Es ist nicht viel, was ich darüber sprechen kann. Du weißt ja. Also, das Spell, Crane, versucht es zu brechen. Es ist nicht nur, während du am Job bist. Also sie stehen unter dem Zauber, so wie Crane gesagt wird. Was ich meine ist, ich will nicht wöchtern, aber ich will nicht, dass du dein eigenes Zeit wöchtern. In der Dressung, in der Pudding & Pie, in der Zeit, in der ich mich für suchte, hast du einen Weg, zu mir zu erzählen. Du hast mich auf die ökeren Arme. Und wie ist es rausgegangen? Fuck. Und wie ist es rausgegangen? Oh Gott. Und wie ist es rausgegangen? Fuck. Scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das geht schnell. Wirst du mal damit was sagen? Aber das sind jetzt keine verschlüsselnden Botschaften, oder? Okay. Ich schätze mal das so um... Okay. 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 Sie ist lübser hier. Habe ich jetzt euch falsch gemacht? Take your time. Lass die Zeit, mir geht's ab, schnell. Nur kein Stress. Das ist jetzt schon wieder. Aha. 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 Wir kommen dem Ganzen ein bisschen, wir kommen dem Ganzen näher. Hey, ich hoffe es nicht aufgenommen, ich hoffe es nicht aufgenommen. Okay, ich verstehe. Also, die Reben, wenn du sie wegst. Wenn jemand herauskommt, dass ich hierher gekommen bin, pur gleich Es clownig Schrijn Kannst du diese maske zwischen uns Du müsste in etwas Sch plaistern ich sollte nicht mit dir sprechen Ich kann nie jemandem ​ okay Okay, ja, ich werde es nur verheimlichen. Oh, jetzt ist Volk gewechselt. Oder? Ja, doch. Aber genau ein Minuten, wir haben einen Timer da. Es ist Solid with Snake. Das heißt, das ist die richtige Spur, weil bis jetzt Siegmann sie würden uns als eine verschwenden, aber die... ganz nett. Okay. Was hat sie dir gesagt? Ich wollte nicht, dass du sie rauskriegst. Hast du nichts von ihr bekommen? Keine Angst. Ja, sie konnte nicht reden wegen der Magie. Aber wir haben uns zu verstehen. Ja. Ich habe meinen Job gemacht. Mein Weg. Was hast du erwartet? Wollt ihr wirklich wissen? Weil du mir gegeben hast, um dich zu schuldigen. Wahrscheinlich sogar du kannst es sehen. Ja. Vertraue mich. Ja. Ja. Dann gehen wir zu Beast und Beauty. Ja. 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 Genau. Ja. Ja. Und sie ist zum Crooked man gegangen. Weil... Ja kack. Doch is... Ja... Ich tue was ich kann. Okay, Papa. Dann fahre ich allein. Aber ich gehe mit den zwei. Ah... Once upon a time. Ihr Schliebe ist, wenn wir... Oh! Ah, die sind in einem selben Haus! Ah... Okay, das... Haben wir da nur irgendwas anderes? Ich wieder jetzt nicht eine und dann übersier ich irgendwas, was vielleicht irgendwie geil ist. Da heraus und... Da haben wir einen Lift? Okay, nein. Geh nur da. Ich kann entscheiden, ob ich die Tür einfach öffne oder ob ich klopf. Und... Und... Da mal klopfen. Holy... Es wird die Cobra vor der Tür stehen. Oh... Was willst du? Well... Du gehst nur auf die Tür? Du klingst, oder? Oder... Es ist eine Schönheit. Warum würde ich dich nennen? Du klingst, oder? Ich habe die Nahe. Und du... Du denkst, wie du bist der einzige? Und ich wirklich nicht möchte eins mit den Rundechung. Okay... Also habe ich gelogen und wollte zu reden mit mir reden. Wobei ich... Ich habe nicht gelogen. Nee, das wäre sie gelogen. Sie hat mir besonders zu erleben. Sie hat... Es begonnen mich sehr. Ich habe mir... Weil du ein Bastard bist, das war's in deinem Märchen schon. Deswegen bist du ja zum Biest geworden. Gut. Okay. Ja, dann geht's ja schon mal. Ich schau mich dabei in eurer Wohnung um. Was man da finden kann. Aha. Eine hübsche Urne, aber mir geht's mehr um den Kasten, weil da haben wir sicher... ...irgendwas Interessanteres. Oh, das Flirt des Saints. Ist ja bei den... bei den Saints dabei. Was haben wir da bei der Urne nur? Lass mich loben. Hi. Bitte, hau's nicht rum. Das können wir uns nicht leisten. Okay. Okay, ich kann nicht zur Tür gehen. Ich kann nur klopfen. Okay. Freunde, hier werden wir die Episode beenden und in der nächsten weitermachen mit einem Gespräch mit Beauty, die er uns angerufen hat, weil... ...könne Ahnung, sie Bock auf uns hatte. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und erzählt's uns dann, Freunden, von unseren Videos, damit... ...mehr... ...unsere Videos sehen. So grundsätzlich dafür ist das eigentlich da. Also dann, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Episode, hoffentlich von The Wolf Among Us oder irgendwas anderem, was nebenbei so bei uns läuft. Howdy Doody! Bis zum nächsten Mal.